Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir mal mit der Legende, die vor den Pros so hoch gehypt wird. Die Legende, die angeblich sowas von OP ist, dass es gar nicht besser geht. Äh, ja, die Rede ist von Seer. Und im Pro-Segment wird Seer absolut gestört gespielt, weil, ja, laut denen ist er mit eine der besten Legenden. Aber ob das wirklich so stimmt und ob das vor allem auch für den 0815 Normalo zutrifft, ja, das testen wir heute. Also, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, kleiner Elster. Ich brauche die, ich brauche die, ich brauche die. Ja. Oh, Bro, komm her. Also, ob ich direkt den Elster finde. Ciao. Sorry, Bro. Oh, klettert hoch. Nice. Okay. Ja, ja, Blattern, du kannst nicht mal. Irrelevant. So, dein Mate wird wahrscheinlich hier gleich ressen unten. Dann mische ich mich ein. Hast du überhaupt einen Mate oder... Wie schaut's aus? Also, hier ist auf jeden Fall was. Da kommt dein Mate, glaube ich. Nee, hä? Okay, da. Ah, hi. Das ist die Rampart. Das wär ja funny. Gut, alles klar. Oh, er ist gelieft, lol. Hä? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Okay, lol. Ja, das Problem ist halt, die Rampart hat jetzt hier alles zugeballert mit Käsesoße. Weil Rampart hat neuerdings Käsesoße verkauft. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Naja, guck's dir an. Guck es dir an. Ist das ekelhaft. Ja, komm. Ach, Bro. Was ist denn das? Also, wieso spielt man denn so? Jetzt mal ernsthaft. Wieso macht man das? Ist doch einfach nur kindisch, oder? Mein Gott, Alter. Alter. Oh. Tja. Okay, das wird ne Challenge. Die zwei werden ne Challenge, Alter. Weil die sind nicht schlecht. Oh, hi. Ja, ja. Interessiert mich nicht. Kommt doch zu mir. Alter. Okay. Anspannung ist groß. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Alter, was tu ich hier? Oh, Gott. Oh, ja, klar. Ja, klar. Ich hatte Schild mal euer Leben, Leute. Ist alles gut hier? Ja, freilich. Okay. Also, die haben irgendwie einen kleinen Schaden im Kopf gehabt. Aber gut. Kann man nix machen. Es ist Stormpoint. Ernsthaft jetzt? So, dann auf ein neues. Ich glaube, ich brauche schnellstmöglich eine Waffe. 301. Ist sehr geil. Aber ich glaube, da kommt was mit, oder? Ne, doch nicht. Okay. Very nice. Dann kann ich mich unten direkt einmischen, was natürlich gut ist. Vor allem gerade als Seer kannst du halt einfach erstmal komplett geil third partying. Das ist halt schon nice. Aber zuerst lasse ich mir oben beim Looten mal ein bisschen Zeit. Gönn mir hier erstmal den geilen Stuff. Oh, ja. Oh, ja. Kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren. Und dann gucken wir gleich mal nach unten. So, hochsippen tut keiner. Okay. Wunderbar. Na, Energy Mag. Verlockend, aber leider keine Energy Waffe. Schade drum. So, gucken wir nochmal ganz vorsichtig. Hier ist nix. Okay. Und runter da. Ist hier was? Ist hier was? Im Moment zeigt es noch nix an. Nö. Alles clear im Moment. Gut. Dann nehmen wir das einfach mal so hin und mischen uns da ganz mal schnuggelig ein. Ganz mal schnuggelig. Okay. Deutsch ist mal wieder absolut am Start. So. Zack. Und. Bro, du bist One-Shot. Komm her. So, dann bist du One-Shot. Ah, ja. Bro, komm mal runter. Ich habe den gesamten Squad zur Flamme gefühlt. Gestörter Typ, oder? Gut, er spielt auch Mirage, ne? Da muss man ein bisschen Blem-Blem sein, weil da bist du ja ein bisschen crazy drauf. Aber hier ist noch was. Ich merke das doch. So, hier magst du mal deine OP-Fähigkeiten auspacken? Irgendwo in die Richtung. Es zeigt es zwar noch nicht an, aber da höre ich was. Okay. Ja. Wild. Ah, ja, komm, nimm sie. Ich weiß, dass sie OP ist. Ich kann sie nicht liegen lassen. Es würde mir im Herzen wehtun. Ich weiß zwar, dass oben ein blaues Energy Mag gelegen ist, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr hochzugehen. Lieber nehme ich die vier. Ja, Mathe war noch nicht so meine Stärke. Die drei Kisten noch mit. Aber... Ah, ein blaues Energy Mag. Ja, perfekt. Ja, dann ist ja alles supi. Okay, dann... Lass mal Richtung Stormcatcher gehen. Hier war doch bestimmt auch was, oder? Ja, bestimmt. So, komm, zeig mir deine Wallhacks. Okay. Wallhacks aktiviert. Aha. I see you. Das ist halt schon eine brokene Fähigkeit, Alter. Das ist so krass. Ja, komm. Traut euch doch. Ach, komm, Jungs. Jetzt macht doch nicht so ein, Alter. Komm, traut euch. Das ist alles super. So, wo seid ihr? Unter mir? Okay. Schön. Nett, dass ihr hier so rumschlendert. Komm, kommt an die Tür. Ich würde total feiern. Okay. So wollt ihr also? Gut, dann machen wir so. Und hallo. Oh, anderes Team. Anderes Team. Anderes Team. Oh, die ist nicht schlecht. Aber die Elster ist besser. Die Elster ist besser. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Die Elster kannst du nicht so leicht schlagen. Diese Waffe ist einfach nur broken. Oh, hi. Oh Gott, wir sind zu zweit. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gerechnet, Kollegen. Dein Mate kommt auch gleich. Warte mal. So. So. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist ja kein Shield Swap. Der könnte halt theoretisch direkt da. Jetzt hab ich ein Problem. Es sind zwei Ressis. Oh, damn, son. Okay. Chipper mit euer Leben. Okay, du lösst noch genockt. Ah. Das ist ein Fehler. Mach das. Und du wirst es bereuen. Warum kämpfen die nicht gegeneinander? Warum kämpft er gegen mich? Bro. Please. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nix getan. Okay, ich hab dein Mate vielleicht genockt, aber... Ja, und? Ist das jetzt wirklich so schlimm? Oh Gott. Oh Gott. Die Horizon lebt wieder. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Hä? Ich report euch gleich wegen Teaming. Ohne Witz. Alter. Weißt du, die ganze Zeit fighten sie nicht. Und dann kaum ist die Horizon down. Ach ja. Könnt man mal vorbeischauen. Hallo. So, vielleicht ist es ja Runde Nummer 3. Oh. Ah, der Bogen, der Bogen, der Bogen. Nein. So. Ihr kennt mich alle mal. So, du bist down. Oh, ciao. Please, lass mich in Ruhe. Please, Bro. Don't kill me. Ja. Not again. Ja, freilich. Ganz normal. Ciao. Äh, okay. Stressiger Start. Aber ist ja immer hier bei Commander Zentrale gefühlt so. Okay. Ja, ist klar, Bruder. Lol. Ich hab mich nicht gesehen. Doch, hat er. Hä? Okay, 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 okay. Äh. What the hell? Oh, nein. Das tut mir die Perp-Shield. Die haben Perp-Shield da drüben. Ich hab doch grad was in Lila und Glitzern sehen, ne? Ja, hallo. Hallo, hallo. Du hast Perp-Shield. Nett von dir. So, dein Perp-Shield ist fast schon weg. Dein Kollege kommt nicht hierher. Ah. Ich hab's dir gesagt. Okay, nice, 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 nice. Bro, Alter. Chill doch mal erleben. Hallo. Wo ist der Fuse? Hallo. Ah ja. Ah ja. Nö, 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 nö. Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Dann nach der modernen Unterhaltung. So nicht. Woo. Und... Hallo. Hello. Und tschau. Ich bin weg hier. Ihr lasst mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Süß. Aber hier ist auch was. Tu die PK weg. Ich kann die nicht. Zip bitte rüber. Ich würde euch feiern. Aber da oben ist halt genau jemand. Der steht direkt da. Aber er hat hier noch nicht wirklich gelootet. Okay. Okay, ja. Fokus euch auf die. Fokus euch auf die. Bin ich sehr zufrieden mit. Ganz zufrieden sogar. Gebt mir doch irgendwas zum heilen, Leute. Bitte. Okay, ich muss mich so heilen. Das hilft jetzt nichts. Ich habe leider keine Shield Cell. Aber egal. Okay, eigentlich scheine ich da oben safe zu sein. Fürs erste zumindest. Bro, what the hell, Alter. Von wo wollt ihr überall ankommen? Nö, Newcastle, du kriegst mich jetzt nicht. Ich sehe ihn nicht ein. Alter. Weißt du, von allen Richtungen kommen sie wieder. Wie die Geier. Wie die Geier, wenn es was umsonst gibt, Alter. Wahnsinn. Ja, fighten wir jetzt mal endlich. Wäre mal nett. So, und jetzt mische ich mich ein. Jetzt kommt Papa. Papa's Ziel kommt jetzt. Jetzt ist es vorbei. So, du warst der Kollege, der gemeint hat, er kann mich einfach so. Ja, ja, komm. Lass mich in Ruhe mit dem Käse. Ganz ehrlich. Ja, okay. Vielleicht auch nicht. Äh, okay. Nee, den Rest kriegst du nicht durch, Kollege. So. Endlich raus mit dir, Kollege, Alter. So. Das, das. Das, das. Oben wird immer noch gefightet. Okay, da unten. Der hat auch einen Purple Shield. Hätte ich doch mal zuerst in die Kiste reingeschaut. Ach ja, komm. Ach, Loba. Bist du süß. Freut mich, dass es dir so gut gefällt hier. Nö. Ich bin raus, Leute. Fightet ihr. Ich hab keinen Bock mehr. Keine Heilung. Ich bin weg. Aber eigentlich muss ich da. rein. Eigentlich muss ich da rein. Ich hab ja gar keine andere Wahl. Nett von dir, dass du vorbeischaust, Kollegin. Ja, süß. Ist süß. Nett. Ja, komm. Ich muss die irgendwie zu einem anderen Team locken. Ich brauch nämlich Heilung. Unbedingt. Oh, eine Schildzelle. Okay. Ist ein Anfang. Oh Gott. So. Danke für dein Schild. Medikids hab ich. Oben ist Party. Okay. Die werden sich gleich heilen. Aber egal. So. Einmal nachladen. Kein Treffer. Okay, genau das Gehör anschalten. Ah ja. Okay. Ich hab euren Loot. Das ist schon mal mein Vorteil. Sehr gut. Ja. Na klar. Ganz normal. Okay. Okay. Interessant. Bro. Seer. Ja, ja. Nett. Nett von dir, dass du vorbeischaust. Das mach ich nicht mehr. Das mach ich nicht mehr. Ganz ehrlich. Mir völlig egal, was die Pros sagen. Seer ist absoluter Müll. Absoluter Müll. Seh ich nicht mehr an. Nö. Nö. Okay, Leute. Karten auf dem Tisch. Seer ist natürlich kein kompletter Müll. Ich bin da gerade ein bisschen geraged. Aber ganz ehrlich. Also für Pups würde ich ihn tatsächlich irgendwie nicht so empfehlen. Außer ihr habt ein wirklich eingespieltes Team. Aber als Solo-Legende ist er einfach kompletter Müll. Du hast einfach viel zu wenig Fähigkeiten. Vor allem was Movement betrifft. Mit denen du irgendwie, ja ich sag mal, interagieren kannst. Also, ja, als Solo definitiv nicht zu empfehlen. Mir ist natürlich klar, dass Seer schon eine sehr, sehr gute Legende ist. Und ich verstehe auch, wieso. Aber, ey, also, ich weiß nicht. Entweder ich hatte einfach nur extremes Pech gerade. Die ganze Zeit. Oder ich bin einfach zu blöd, Seer zu spielen. Mag beides stimmen. Und, ja, ich hab keine Freunde, mit denen ich irgendwie eine Aufnahme machen kann. Um mich Solo aufnehmen zu müssen mit Seer. Okay, Spaß. Hey, kommt tatsächlich eine kleine Träne raus hier. Nein, alles natürlich nur Joke, Leute. Alles natürlich nur Joke. Ja, ich glaube, es war extrem witzig zum Zuschauen. Wenn dem so ist, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.